Schwabach Ja, wir haben bedenkt, dass die beiden Jungs schon das dritte Turnier spielen, also geschätzt etwa 14 oder 15 Matches sind wir sich haben am heutigen Sonntag. Und Barton jetzt hier ein großes Laufpensum hat bei seiner Spielweise, dann ist das Konditionär schon überzeugt. So, das hat es übrigens. 0 zu 2 war Barton jetzt hinten, jetzt geht es 2 zu 2 und es geht in den fünften. Den gibt es dann auf einem neuen Video unter Barton mit gegen Fredrik Schwabach 2017 04 30.